Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Wolke von Torio. Ja, wir wollten uns heute um diese Anlage kümmern. Gut, dann wollen wir mal anfangen. Wir brauchen ein paar Kisten anscheinend. Ganz paar. Auch noch ein paar mehr davon. Ja, machen wir mal ein paar Anforderungskisten. Dann können hier schon mal alles voll geliefert werden. Und wie es aussieht, brauchen wir keine Strommesten, die werden von wem anders geliefert. Ja, heute mal in einer kurzen Testaufnahme. Ich habe nämlich mein Audiosystem ein bisschen umgestellt und bin jetzt mal gespannt, ob das soweit alles funktioniert. Ich hatte zwar schon so einige Testaufnahmen, aber nein. Das, wie es immer so ist, die Fehler sieht man nicht erst in der richtigen Aufnahme, wenn man... Und zeigen sich auch leider erst mit der Zeit. Also ich hoffe, dass alles... Alles soweit geht. Das wäre ganz praktisch. Gut, wir brauchen immer noch Anforderungskisten. Etliche. So. Und wir brauchen auch ein bisschen mehr hiervon. Und ich würde sagen... Dann gehen wir mal noch hier oben. Zu der guten Produktion hier. Und kümmern wir uns mal da um. Also die haben wir. Wir wollen noch die. Wir wollen noch die. Wir wollen noch die. Eigentlich wollen wir alle. Wir müssen das Ding vielleicht nicht mehr in der Hand produzieren. Das wäre auch ganz praktisch. Ja. So. Und dann brauchen wir noch die hübschen Teile. Hm. Will ich das wirklich hier bauen? Mh... Obwohl ich es gerade alles schon eingestellt habe. Ich nehme das mal mit. Jetzt setzen wir mal hier hin. Ich nehme mir hier mal so einen Freund von. Ja. Ich denke so ist das. Besser. Ja. Wie gesagt. Wir brauchen eh ganz viele Module da unten. Deswegen können wir uns da. Wirklich Zeit lassen. Weil. Bis die Module hergestellt wurden. Da vergeht definitiv noch eine. Noch ein kleines bisschen. An Zeit. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Die haben wir. So. Dann machen wir die hier. Machen wir die hier. Die hier. Dann brauchen wir wohl noch ein bisschen mehr. Dann brauchen wir wohl noch ein bisschen mehr. So, die hübschen Teile. So, das hätten wir. Diese Sägchen drücken. Habe ich jetzt das eingestellt? Ja. Immer noch das Häkchen drücken. Also das finde ich nicht gut, das ist ein Klick mehr, den man sich echt hätte sparen können. So, Geschwindigkeitsmodule 1 brauchen wir noch. Und die roten. Diese roten hier. Danke. So, hier können wir es wieder kopieren. Dann stellen wir hier den ganzen Spaß ein. So, ihr braucht nur blaue und rote Schaltkreise. Zwischenprodukte B. Hier können wir gleich auch noch ein paar mehr anfordern. Zwei Module. Und die vorherigen. Wir sind bei den Tunneln aktuell. Die dunkelblauen. Dunkelblauen. also die hier. So, ihr hättet natürlich die auch ganz gerne. Und ihr hättet noch ganz gerne die grünen dazu. Nimmst du jetzt mal diese grünen da rein. Danke. So. 10.000. Ähm. Wartet mal. Nein. Übertreib halt. Ja, hier werden wir ruhig noch die blauen anfordern. Und dann passt das eigentlich. Da wird aber auch irgendwas reingeschmissen. Wie kosten die? 200. Ah, Schnäppchen. Alter, auf 10.000 reinzupacken. Das ist in Ordnung. So, was braucht ihr? Ihr braucht noch die Roten. Und die Einser. Die Roten und die Einsergeschwindigkeitsmotor. Ja. ihr könnt mich vergessen das passt jetzt also sehr gut werden die schon mal hier hoch produziert bis zu den geschwindigkeitsmodulen oder die prozessor dann verteilen wir noch mal ein paar von den hier dann sollte das für eine logistikabdeckung ja auch sehr gut so hier staunen sich so langsam die module krass weil zu langsam oder waren 14 alle arbeiten jedenfalls gut wenn da alle arbeiten und sich ein bisschen was anstaut so gleichzeitig für die roten bände hier gesetzt sehr gut das schlimme ist wir haben leider gerade nicht genügend sonst könnte ich da schon weiter und wie gesagt wir brauchen noch so viele geschwindigkeit geschwindigkeitsmodule für die da oben das müssten wir eigentlich auch produzieren aber das schiebe ich erstmal ganz nach hinten vor allem jetzt brauchen wir produktivitätsmodule um die ganze fabrik zu optimieren ja ich finde mal noch mal ist irgendwas auf reisen Das ist mittlerweile auch bombiervoll. Dann gucken wir noch mal ganz kurz hier hinten und machen mal das fertig, dass das hier laufen könnte. Und wenn nicht mehr, haben wir noch ein paar schnelleren, ja, haben wir. So, die können ruhig hergestellt werden. So, ihr braucht noch Mauern. Wenn ich das richtig sehe, braucht ihr Mauern. Das sollte ja kein Problem sein. Sehr gut. Dann wird jetzt hier auch, wir haben hier hergestellt. Und ich bin mal ganz ehrlich. Das Kohlefeld hat hier nämlich auch schon seit zwei Tagen gesehen. Ja, das reicht nämlich vorne und hinten nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. So, stromtechnisch muss ich mir auch was machen. Aber wie gesagt, das soll nur eine kurze Testaufnahme sein. Und jetzt werde ich euch mal gucken, ob das alles funktioniert hat. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.